Das wird gar nicht mehr, aber muss ja immer herkommen. Ne, weil das war ja vorhin trocken. So mein ich nehme ja mal auf. Das sieht ja einfach geil aus, wie das Ding hier hochfährt. Man sieht ja die Geschmärmigkeit, die da geht. Ja, kannst du auch regeln. Welche Menge ist das etwa? 1 Liter. 1 Minute. 1 Minute. Das ist keine Regeln. Das war schon das Motor. So wenig. Das ist wirklich. Mann, du scheiß Ding. Jetzt soll man das denken. Das ist ja nur noch ein bisschen. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Naja, so dicht war er noch nie. Fährst du noch mal runter? Die Gewinne-Stange kommt ja auch noch was anderes rein. Ja, das ist der letzte. Wieso Kilo kannst du jetzt damit schon?